an der rs damit über langsam zeit habe ich schon die hohe kommt zu dem raufheim und der 3 gegen 3 die üblichen powershark ich kann er da diesmal wieder ohne deutschen rps schlecht machen die mehr zu wenig geredet irgendwie keine ahnung der warte gegen andere drei irgendwie und die wohl die beziehung groß sind ob es ist die dort wurde gerade immer mehr als level 1 angezeigt komisch auch immer schon anders Affekt sich warum sich ständig in der Opfer ach lassen vorbeimt vor allem schneller zu ja ich habe eine moderat Punkt glaube ich nicht im Verständnis gibt wo auch Fakt hat mit einer gesehen die wüsste Tieter ich gehört dazu spielte zu schlecht Und alle drei schon einmal gekillt, also... Warum verlieren wir denn, bitteschön? Ja, weil die alle drei Steckers sind. Die beide Anfänger sind und die alle drei nicht, schau doch mal auf die Prestigeschränke von denen. Da nicht der, oder so die Prestigeschränke von denen? Ja, ich schließe auf den. Wow. Ich finde, es gibt mittlerweile übens viele Hecker in den MB3. Ja. Ich habe das Gefühl, die bleibt einer. Ich meine, was für ein Zufall, dass, wenn ich mal so zock, manchmal aufs Hörberkommo fast nur Prestig 20 Level 80 sind. Was für ein Zufall. Und vor allem das Geil ist, es gibt nicht mal Prestig 20. Klar gibt es Prestig 20. Nein, geht doch nur bis 15. Ja? Ja? Nein, mittlerweile ist es auf 20 oder nicht. Seit wann? Keine Ahnung, ich glaube, es ist 20. Ja, dann aber neu. Gott, sind wir schon weg. Da ist ja ein Powershark bei dir. Ich habe alle drei genutzt. Super. Das hieß da jetzt mal schon, dass wir keine Neckers sind. Ja, mal schnipsen, ey. Alter, ich hatte mal die, ähm... Fickt euch. Ich hatte die Barret mit A-Crox, wie's hier. So ein Scheiß, ey. Hab ich auch schon mal geschickt. Vielleicht. Ey, wer benutzt schon A-Crox, wie's hier auf einer Sniper? Hier keine Gegner mehr. Auch nicht. Toll. Da war ein. Ja, Assist, ich f*** dich. Ja, letztlich haben dir gesteilt den Kill, ne? Die gehen jetzt alle campen, genau wie ich auch. Ich geh auch. Und ich hab ja noch Granaten. Okay. Warum ist einer Vorschlag? Achtung. Das snipert einer. Ich glaube, es sind zwei. Die snipern alle, habe ich's, glaube ich, außer der eine. Ah. Hab ich noch ein Scharf? Ja, ich hab noch ein Scharfschützengewehr, derweil. Willst du mich verarschen? Ich hab' mich verarscht. Wenn nicht bei den Standardklassen, ist auch einer. V1. Ja, aber... Drecks Barrett. Ja. Die Standard-Sniper. Ich hasse Barrett, ich snipe mir in der MSR. Hast du schon freigeschaltet? Ja. In der LMN-18A. Yes. Oh, wir da! Ich nehme wieder die MP7, ne, nicht die ATR, MP7. Sie sind im Waffenring aufgestiegen, finde ich super. Und dann kommt er, Achtung, beim Spawnen dann. Ja. Ich wollte mich alle verarschen. Also, ich hab... Ja, ich hab 13, 13. Geil. Geil. Boah, ich hab 5, ey. What the fuck. Und Floyd hat 1, 9. Krieg dich, Camper, ey. Ja, da sieht man eben doch, wer bei uns die Eier anhat. Ja. Du hörst die Hexern vielleicht. Fick. Nein. Euch alle, ey. Wir haben mich killed. Es kämpft übrigens nicht mehr so, ist mir aufgefallen. LoL. Wir haben ihn aber auch mit einem... AL-118. A, MSR, sonst noch irgendein Wund. Ja. Ja. Ballern ja einfach mal alle 3 auf mich. Ja. Ach, da hab ich ihn auch noch erwischt, ey, mit meiner Kanate. Ja, aber so schlecht sind wir jetzt auch nicht. Ja, wir verlieren auf jeden Fall schon mal nicht haushoch. Ja. Weil er mich im Team hat dann schon... So hoch haus. Ich finde private Match... Match besser, da hab ich bessere Waffen. Ja, wow, du kannst aber sonst nie gute Waffen kriegen, sag ich dir, ey. Geil Radieschen von unten. Ja, ich bin kein Radam, ja. Bei dem, wo die feindliche Aufklärungstronung gesichtet wurde, hab ich mal einfach... Ja, boah, ich bin ein Kill gemacht. Ja, war einer im Gang hab ich schlecht gemacht. War meiner. Deine Mutter war deiner. Wow, the fuck. Komm, noch zwei Scheiß-Kills hab ich... Ein Geschiss. Ja, klar, der hat mich weggemacht, ey. Fanlink, oder? Normal. Alles. Ja. Ja, wir haben verloren. Wollen wir mal wieder ein Privates Match machen? Nein. Aber lass kein Duell mehr machen. Okay. Okay. Back. Vielen Dank für's Zuschauen. Genau. Bis zum nächsten Mal. Aber wie hat er mich so... Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Together. Karlo Stuttgart über der Partei. Zusammen mit Powershark-AK-Tim und, ähm, Buddyzakt... Ne, doch, Buddyzakt. Einfach den Game of Threads-AP. Genau. Ja, Konstantin. Genau, der hat auch ein Karahner. Ja, da hat er einfach gut, die ihr Huren sind. Das kann ich nicht. Du Huren so. MP7 wieder. Wow, genau, kommt gleich alle direkt auf mich. Mit MP9 Schalldämpfer. Der weißer Charlie. Leul, wie alle von unserem Spawn stehen. Der vier Mann. Oh, Dreck-Schrotflinten-Bob. Boah, sind das alles so insöhne, ey. Alles, alles, alles Cheater. Aufstehen. Jeder, der gescheitert ist automatisch ein Cheater. Ja, ist er auch. Schon, ich hab ne MP7. Kann fast alle Waffen noch ziehen. Allein schon, dass er kült hat, dass er gegen meine Geilheit spielen kann, muss ein Cheat anhaben, ey. Wir verlieren B. Wollen sie halt einnehmen, ey. Ich bin mir noch scheiße, egal. Boah, ganz ehrlich. Bin jetzt voll im Enrage-Modus. Eine eindeutige Lieblings-Hervis-Terminal. Was soll ich wohl? Schreibt es mir nicht in die Kommentare. Meine auch. Meine auch. Habt ihr am besten gar nicht in die Kommentare. So schlecht wie ich hier abkratze, ey. Oh, feindliche Noten sind schon unterwegs. Feindliche Noten sind schon unterwegs. Feindliche Noten sind unterwegs. Oh, spiegelt eh immer mit meiner alten Skyl. Rotpump, die haben schon Level 22, ey. Rotpump, die haben schon Level 22, ey. Rotpump, der schweinlich. Ja, die Skyl Level 90. Ja, verbesserte Drohne frisst. Frisst? Ja, deine Mutter frisst, ey. Okay. Der hat mich zurückgemessert. Ja, der hat mich zurückgemessert. Alter, manchmal. Drück mal Zapp. Drück mal Zapp und schau bei unserem Team in ganzen Runden. Zade. Ahaha. Am Stealth-Bomber. Ich hab schon zu viel MB3 gespielt. Geht einfach nichts mehr bei mir heute. Ich war in der ersten Runde in diesem Spiel. Wir haben so sehr mit geilen Termine. Aufklärung Drohne. Okay, ich hab gehört. Ich mach erst mal ne Aufklärung Drohne an. Kann man eine bitter die scheiß A6 vom Himmel holen? Könnte ich, ja. Ich hol gleich ne MG. Endlich hab ich den Schick. Ist ja nicht mehr da. Da hab ich grad meine Chaplin geholt. Ja, ich hab auch grad meinen MG rausgeholt. Irgendwie bin ich voll schlecht. Zahltag. Erster in unserem Team. Ich fühl mich irgendwie verarscht. Erster in unserem Team. Ich fühl mich verarscht. Wir verlieren die. Hast du die gelegt Florian? Ja. Nein, das war ich. Das war ich? Ja, ich hab den EMP gelegt. Ja, aber ich hab die Ballistikweste gelegt. Ja, das schon. trotzdem bin ich nicht geiler. Ich hab gedacht, er meint die. Ähm, hier den EMP. Ne. Ach, alle scheiß Hacker, ey. Genau jeder, der dich killt, ist der automatische Hacker. Ja, das glaub ich auch. Jetzt einfach, warum bin ich erster? Mit so ner KD. Warum erwisch eigentlich immer ich das Kackteam? Das ist normal. Aufklärungsdrohne einsatzbereit. Äh, das ist nicht normal. Guck. Aufklärungsdrohne bereit. Ich glaub's nicht, bin ich der einzigste, der spielen kann? Ja. Scheißliche verbesserte Aufklärungsdrohne gesichtet. Äh, ihr merkt das schon. Mein Gott. Was ist das? Alter. Ja, jetzt nicht. Später. Boah, ja. Toll. Bearschen. Nein! Ach, hab ich grad zähgesichert, ey. Wow, hinter dir. Power Shark. Leute, wir sind nur noch zu dritt bei uns im Team. Ich lach nicht. Ja, darum machen wir uns auch so fertig, ne? Na, komm, nein. Können wir mal schlägst. Wollen wir jetzt einfach liefern? Nein, nein. Sonst kriegen wir ne EP-Punkte. Bin da schon zu Ende. Scheiß drauf, verdienen wir halt. Aufsucht. Und außerdem haben wir wieder ein volles Team. Ja. Okay, online spielen nur noch die Prowse. Das rückt mich auf. Prowse und Hacker spielen nur noch online. »Alpha wird gesichert.« Jawoll. »Ach ja, ne A wird gesichert!« »Slimm?« »Slimm«? »Slimm«? »A gesichert.« »Oah!« »Aah!« »Tritt am Team«. Ja, ich bin dritter, wow, weil alle anderen auf unserem Team gelieft sind und wir am längsten spielen. Ja, guck mal, ich habe 21 Kills, ich bin der Einzige mit so einer geilen KD, also bei uns im Team ist. Nein, ich hätte fast gedacht. Ey, ich zeig nie wieder was gegen meine Spielkünste, ne? Ich mach eure KD, sie sind nur meine. Ich hab doch nur einen 6 zu 32, bin doch gut. 6 zu 32, okay, ich hab 23 zu 38. Ja, zu föt. Zu föt gehen wir auf mich los, wie soll ich mehr machen? Ja, wir gehen zu 6 auf mich los. Wir gehen zu 8. Zerstören Sie ein Auto, herzlichen Glückwunsch, täglich herauszufordern. Ich hab auch nicht cool. Was, Auto zerstören, ist eine tägliche Herausforderung? Ja. Ach ja, und ich wurde vor allem schon befördert, na? Ja, bestätig. Wurde ich heute auch schon zweimal. Wir verlieren Charlie. Loll, was hab ich wieder für ein Kack-Aiming? Egal, solange ich erster bin, ist mir das recht. Von wo, von überall? Jetzt hörst du mal auf, immer auf mir zu ballern, das ist doch scheiße. Ich hasse MW3. Ich hasse MW3, ich hasse MW3, ich hasse einfach nur MW3. Ich auch. Alter. Ich hab's gerade eben kaputt gesuchtet. Das war ein Gegner, auf den ich geschossen hab. 21 Sekunden eben, ne? Sie wird gesichert. Was, jetzt in zwei Wochen, 16 Stunden im Spiel, dann ist das so, dass ich mich kriege. Wir verlieren B. Kass, die Kaffee, die Kaffee, die Luf-Rachete entdeckt. Da kommt noch einer. Ja. Jawohl, ich spawnen und bin direkt tot, weil sie mich alle beschießen, oder was? Da kommt jemand, spawnen, tot. Leck mich! Ohne im Anflug. Ganz ehrlich. Hast du alles. Hast du alles. Das glaube ich allerdings auch, dass der LX hat. Aller außer ich. Ich meinte, alle von Gegnern. Wird sofort free gesichert. Ja. Ah ja, ich hab wenigstens eine relativ akzeptable KD. Ich bin immer noch 22. Ja, 28, 48. Echt gut. Ja, ich weiß. Ich hab auch gesagt, relativ akzeptabel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die Folge war scheiße. Hallo, herzlich willkommen zu Let's Play Together, Call of Duty, Modern Warfare 3. Mittlerweile ist meine Festplatte voll und ähm... Hallo, Power Shark, AK Tim und hallo, Konstantin AK Budi zockt. Hallo! 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 Ich bin jetzt mal die Rede in Konstantin. Oder irgendwie sowas. Bin fünf Jahre alt und wohne in Hongkong. Das glaub ich dir sofort. MB3 spielt ich afghanisch. Ich hab keine Freunde und Wichs meiner Mutter jeden Abend. Warten auf andere Spieler. So, auf jeden Fall geht's los mit... Was bin ich eigentlich? Abschluss bestätigt. Ich bin jetzt nicht. Okay, ähm, los geht's. Wait for the other player. Und auch ich lang, rennlang. Ich bin schon nicht. Ich bin zu englisch. Nein. Du hast gesagt, wait for the other player. Ich bin zu englisch. Du hast gesagt, wait for the other player. Ich bin zu englisch. Nein, das musst du ja jetzt die englischen Sprachdaten herunterladen. Und? Und? Farten fünf oder sechs Gigabyte. Und? Nein. Ich möchte jetzt mit dir zocken und auf die Wachen. Warum ist das auf englisch? Was ist das für ein Schatten? Ich hab so lange auf englisch gespielt, ey. Das ist die größte Monken. Kack den Skull. Warte mal, kann ich jetzt nicht. Äh, nein, nicht schwache Audio. Nein, nicht bei Steam. Dann lässt sich das deutsche und du musst das englisch runterladen. Du kannst so lange nicht spielen. Hör auf. Das ist Power-Deutsch. Macht nix. Das hat ich nämlich auch. Da hab ich auch dieses Jahr auf vollendisch gestellt. Ich dachte, ob die deutschen Sprachdaten bleiben und ich einfach mal vollendisch hören wollte. Ja, genau. Das haben wir in meinem Magen einen. Arschlöcher. Bitte, Rofs. Hey. Ich hab die meisten Nachtschüsse von uns hier. Ich hab noch keinen gemacht, weil ich mir selbst kack-FAD-Spiel. Gott, du hast dich schon freigeschaltet? Ja, gerade eben Ja, du spielst ja Standard ohne irgendwelche Aufsätze Ich würde sie dir mit Schnellfeuer empfehlen, obwohl ich es noch nie geführt habe, damit aber im privaten Match schon Oh man, ich benutze es ganz ehrlich, ich benutze es meine Superwaffe Boah, das ist ein Gegner, der immer vor mir langsam über die Marko vor mir ein Der mich nicht gesehen hat Ich bin immer ein zweiter, ich bin jetzt wieder besser als in der letzten Folge Und ich bin auch wieder motivierter Und so, ich gehe in meine Lugklasse mehr rein Deut, mir reicht jetzt aber auch langsamer Netter nicht Immer noch zweiter Budi Nein, weil ich nie eine Marker einsammle Da war aber eine Fetterkarte als du Immer noch Nein, hast du nicht mehr Oh, fick dich doch So, lodge meine Chavelin, ey Mein ich ernst, Luchi Ich lufsche gerade Nein, ist ja noch... Och, neuen Hos-Aussuchen Da bin ich immer noch vor dir, bin ich 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 noch vor dir, bin... Vielleicht wird hier einer von uns drei Hos, das wäre geil hoffentlich nicht warum ja ich bin noch vor dir im 5 zu 8 und scheiße aber das ist ein geiler camperplatz den ich hier habe das kämpft ob es bei dir aber er bleibt in den Camper Bob die Prüggereien haben keine Chance ja ob schon gemerkt weil ich da bin feindliche Qualität wie hat ich kann eh nicht gesehen werden ich kann von dir nicht gesehen werden ah pkd läuft los vor dir trotzdem wie schlecht den kann man jetzt mal um den bieter Gute Idee bei der Schuhe ok er kann mich sehen nicht gut auch wirklich dort habe ich eine schlechte KD Gott sind wir hinten ne scheiße 8 zu 12 hab ich um ja eine 4 zu 8 ja genau kommen erst mal 8 Leute auf mich oder was wir haben gerade mal 6 Leute im Team da kann ich mal ein paar Marken ein ja mach ich auch die ganze Zeit die Punkte bis zum Umfall ja ich habe gar keine Marken am Anfang gesammelt ich habe Vorschach ich steckte in den Rücken okay die Scheiße bei der Zeit sehr sinnvoll die Aufklärungsdrohne zu holen wohl den Norden verbessert haben ja nee war ja auch eine verbesserte von mir das war sehr sinnvoll also muss man sagen das war boah oh shit ein Gegner hat ein Juggernaut Juggernaut ach das ist ein Gegner oh shit und jetzt krieg dich oh ich bin zweiter 15 16 na fucking Jugger ja bin vorletzter Granaten sind am elixirsten beim Juggernaut und Handshots halten na und natürlich Prozent hier dort abgehend sein alles klar durch die Arnie Lager schon 16 18 besagt habe und zweiter Platz 1 7 1 21 ich würde es auch noch mal wieder ein privates mal alles auf jeden Fall fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal macht's gut Ciao Hallo Leute und Willkommen zurück zu Let's Play Together MW3 nämlich für Waffen schützen Waffen auf Lockdown und jetzt kommt schon wieder Niveau in die Folge Hammer geil machte sie sich nochmal lieber Daniel das übrigens echt geile Bitches ich bin ein 18 Waffenspiel Ah ja mit dem äh Canada0121 und dem äh anderen Idioten dessen Namen ich vergessen hab ich hatte und natürlich mit dem Power Shark ja ja ich bin der Body Air von Blitz oh man Diegel seid ihr auch schon drin ja schon lange ich spiel schon ich auch seid ihr da wo du nicht bist das ist ne Waff die ist viel zu groß jeder eigentlich finde ich ja hopp ballert halt mal einer hat dann jemanden Schuss abgegeben nein what the fuck viel ein Opfer ja mann Starter das ist so ne scheiß Waffe die ist so dermaßen ich wollte mich alle verarschen ich kann das nicht mit dem Pistolen auch nicht aber warum nicht warum ich die Kinder weil es nicht kannst doch scheiße wenn ich bin schon er bei der Prozent dritten Waffe wir verarschen ich hab nur noch die erste ach Mano jetzt kann ich ja gar nichts mehr gegen euch ja jetzt haben jetzt gute Waffen gut dann schau ich zu ab jetzt du bist ja auch ernsthaft was du Florian ha schaust ernsthaft zu ja ich kann ja nichts mehr machen ja ich bin jetzt bei der Pistole und habe ich keine Chance mehr gegen euch mir ey Flo schaust du mir zu ich schau grad niemanden zu ich schau das Schlachtfeld an Gott sind wir weit auseinander ich weiß es nicht ich bin immer noch ingame mit meiner Waffe in der Hand ich weiß es auch nicht wie jetzt noch einmal zum zuschauen komme LOL escape John kommst du einfach so gar nicht nein er muss schon weiterspielen naja komm kill mich dass du eine andere Waffe kriegst Och fick dich Powershark willst du dich verarschen soja wo bist du bist du wieder davon grad eben nein ich weiß nur wo ich bin ich kenne die Map nicht und war ja AK ah krieg dich wenn ich jetzt hier Florian kannst du mich killen weil es ist wirklich scheiße von oder Florian kannst mich ja mal killen nein das machst du nicht so LOL EIN SCHUTT ich dachte das wäre Booty das war Booty ja ich bin jetzt bei der Scar bei der sechsten Mucke ach das bist du Flo hier auf mich auf mich zu klein aber wenn ich mich an wenn wir jetzt wieder auf sich ein paar wenn ich auch gemacht da wenigstens in der Schausse naja also schon für sie auch noch nicht bei unseren Waffen die wir haben in meinem Gehner ich bin das gar beim Tropen müssen Loll verarschen der Kärnter bei der Lohnung sich reißen und vor der Krass ich habe gerade gekillt genau nach dir sehen wir nicht als Hoch vor die Dorte bei der neunten Waffe da wo bist du ich bin irgendwo ja alles so rum Flo weil sie tilten wollen wir wollen halt alle dann die Waffen aufsteigen das ist ein bisschen Florian abletzt das ist doch scheiße doch wie ich jetzt habe ich schalte die Spaß er spielt dann mit einer G18 ja klar so was 12 gebt Gas und hab Spaß heiße ich hab Spaß ist echt kacke also an sich ist er ja geil wenn ihr alle mit Dauerschuss rumrennt wenn sich rot kommt wie es ihr äh Waffe treibt aber vielleicht gleich ein Doppelabschuss gemacht mit euch beiden ach du bist er ja klar beide kommen wow 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 will sich verarschen ja will er Typ 45 äh 95 5 ich glaube schon Typ 95 du hast keine Typen doch hast du ich weiß es an da kriegst du ein Waffen runter wenn er alles doch scheiße das sei bei der Klinik kein Waffenrang hoch der Hälter wird allein wollte dich dass du wenn du Messer zu können Waffenrang hoch hier du ich ich ja ich auch was anna da war gerade bei mp7 ich bin ich bei der ak ak47 hiphop ist unser leben er wird ihm bereit schön ich bin wieder das ist ein Sniper nehme ich an jetzt wirst du wahrscheinlich auch bekämpfen nehme ich an ein ich glaube eigentlich auf den Wert ein bisschen rum ehrlich gesagt ich meine der der Sniper hat ja beide Sniper er war an die MSR jetzt er noch nicht wo ich rennt gerade ein bisschen extra auf dem Weg er ist ja auch aber er ist so unbeweglich genau kämpf nicht ne Flo ich hab nicht gekämpft ne das ist nicht verarschend ein Kill also mein Schuss ein Kill ich bin jetzt gerade beim MG war nicht mal so kurz auf den Neuen nehme ich an auf den Nummer neun nehme ich an bei was ist er ist aber für 16 doch ob es nun wird bei den Namen ich hab doch zuerst abgedrückt oder zuerst abgedrückt oder zuerst abgedrückt fick dich Gott die XM-Film und so ein bisschen ich werde wahrscheinlich wieder nicht alle Waffen sehen doch ich habe das letzte Mal alle Waffen gesehen aber da haben wir nicht aufgenommen also weil da meine Festplatte voll war ok Frame Endfrüche Server lag habt ihr auch ja hab ich euch trotzdem gekillt oh Gott das heißt der Javelin ne kommt ja wenn fliegt soll ich ihn noch töten gemessert seine Mutter ja da war ich auch schon irgendwie legt das Server ein bisschen ich hab auch sehr wenig FPS wer ist denn Host auf Server du du mir gehört das Server ok ich dachte es wird ausgelost nein beim normal fühl mich gerade derbe ich hab mich doch jetzt jetzt selbst gekillt ich wollte mich verarschen eigentlich muss man mit der Waffe campen selber gekillt Passion wo bin ich denn nur eigentlich diese mega lecks gehen mir tierisch auf die eier warum habe ich denn jetzt auf einmal so wenig frames kann ja nicht sein dass er schon wieder 200 gb aufgenommen haben keine ahnung weißt du wie frohes web aufnimmt junge von sein da bitte das ding ist noch gegen geflogen ja 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 gut damit ständig ist